10 Tipps für gesundes und volles Haar Haarbruch verhindern 1. Verwende ein mildes Shampoo Verwende ein mildes Shampoo, das frei von aggressiven Chemikalien ist, um dein Haar sanft zu reinigen und es vor Schäden zu schützen. 2. Vermeide heißes Wasser Vermeide heißes Wasser beim Haare waschen, da es das Haar austrocknen und brüchig machen kann. Verwende stattdessen lauwarmes oder kaltes Wasser. 3. Verwende einen Conditioner Verwende nach dem Shampoo-Nieren einen Conditioner, um das Haar zu pflegen und zu schützen. Ein Conditioner hilft auch dabei, das Haar leichter kämmbar zu machen und Haarbruch zu verhindern. 4. Vermeide übermäßiges Styling Vermeide übermäßiges Styling mit Hitze und Chemikalien, da dies das Haar schwächen und zu Haarbruch führen kann. Verwende stattdessen natürliche Styling-Produkte und minimiere den Einsatz von Hitzegeräten. 5. Verwende einen breitsinkigen Kamm Verwende einen breitsinkigen Kamm, um das Haar sanft zu entwirren und Haarbruch zu vermeiden. 5. Vermeide das Bürsten des Haares, wenn es nass ist, da dies zu Haarbruch führen kann. 6. Schneide regelmäßig Spitzen Schneide regelmäßig die Spitzen deines Haares, um Spliss zu vermeiden und das Haar gesund und stark zu halten. 7. Schütze das Haar vor Umwelteinflüssen Schütze dein Haar vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Sonne, Wind und Chlorwasser, indem du eine Kopfbedeckung trägst oder spezielle Pflegeprodukte verwendest. 8. Vermeide zu enges Binden Vermeide zu enges Binden des Haares, da dies zu Haarbruch führen kann. Verwende stattdessen Haargummis ohne Metallteile und binde das Haar locker zusammen. 9. Ernähre dich gesund Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Protein, Vitaminen und Mineralstoffen ist wichtig für gesundes und kräftiges Haar. Achte auf eine ausgewogene Ernährung und trinke ausreichend Wasser. 10. Vermeide Stress Stress kann sich negativ auf das Haar auswirken und zu Haarbruch führen. Versuche Stress zu reduzieren, indem du Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation oder Atemübungen praktizierst.